ja hallo meine lieben und damit herzlich willkommen zurück zu the quarry wir sind mitten in der entscheidung ähm freundlich ist aber auch ein bisschen ja anstößig okay well at least I had a relationship this summer oh damn now we burn yeah well maybe not everyone is looking for okay okay let's all put our little dicks away and get this show on the road huh where's everybody else why why would I know that sometimes you know stuff I don't look I don't I don't even know how to respond to that you say Nick you're way smarter than me and you're a super a hot statue gets any cheeky ones okay yeah keep dreaming Jim I like this game yeah the dialogue cool hey there party bear status report we are officially empty nesters high-five up top oh shit oh boy you're about to get your phone back aren't you let's go collect our bags and away from this mosquito infested backwards dump doors locked bags inside fuck me yep well it's obvious what we have to do here find someone with a key shape our destiny then by shape our destiny I mean shape our way through this crappy lock and grab our bags oh shit what you said can do you do it is really a break is it really a break it's a cold knifes knacken me the sinner yeah yeah i don't know what i want to do it i don't know what i want to do it is also a hot seat ne especially with the handy and what i want to do it or something yeah wie sie wie du kommst jetzt hier nicht raus muss sie entscheiden ja aber mit den taschen da das können wir danach noch zu jemanden gehen ach so das weiß ich nicht das weiß ich nicht glaub nicht das wäre jetzt interessant zu wissen ich glaube nicht ja bisschen risiko ok let's do it das war ein leichtes schlossknacken wir drücken gegen die tür wir haben noch nicht gesehen wer müsste hacke das ist ob das vielleicht der police officer doch ist das ist der typ dem das camp hier gehört ja ja aber vielleicht war das trotzdem der als police ja gut ich weiß es ja schon ähm ja bist du nicht mit dem baby ne 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 ok wenn wir jetzt 50 50 machen ist glaube ich random ne ja kann sein ach so weil es halt keine mehrheit gibt und ich da groß bin oder was ich weiß ich denke ich glaube du kannst das auch mit mehreren das noch mehr in abstimmen und entscheiden nicht nur zu zweit dann geht es nach der mehrheit oder so oder zu 16 sogar ich weiß gar nicht wie sowas cool ein ausschnitt aus der lokalzeitung der north hill gazette jazette 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 oder so weiß ich sehe nicht sieht nicht die tante kohle gerade aktuell heraus. Da steht etwas über einem Brand. War das hier ein Hackett's Query? Das ist zum Beispiel cool, dass hier auch so größere... Aber ich frag mich, man hätte doch bestimmt irgendwie seine Taschen wieder bekommen, weil wir hauen ja jetzt eigentlich gar nicht ab, weil das Auto ja jetzt eigentlich nicht funktionieren wird. Ja. Die Kräer noch da. Das ist ein sehr kleiner Rucksack. Ja, der ist süß, ne? Er ist gut. Irgendwo haben wir auch noch eine Karte gefunden, glaube ich, damals. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, da ganz hinten irgendwo war dazu. Waschelt hier so? Wem findest du bis jetzt am sympathischsten aller Charaktere? Habe ich noch keine Meinung zu von den Weibern. Hat noch etwas gehört. Ja, du hast den Eindruck? Also die eine ist klar, die pinke da ist so typisch... Die pinke? Was meinst du mit die pinke? Na, die pinke, die da eben war. Die mit ihr hier eben eingebrochen ist. Die hat doch so einen pinken Anzuhang gehabt, oder nicht? Die ist so... Die wirkte so typisch, äh... Diese Emma. Ja. So typisch, so... Weiß nicht, wie sagt man? Ach, kommen wir noch nicht rein. Also nicht, ich habe noch keine Meinung dazu. Wirklich, äh... Hat man bis jetzt ja kaum auch gehört, die beiden, die man gerade... Ich glaube, hier kommt man längst vor rein. Ja. Also ich finde, sie wirkt schon irgendwie ein bisschen so, in Anführungszeichen, ein bisschen... Weiß ich nicht... Cool. Einfach dadurch, dass sie so zurückhaltend wirkt und zeichnet. Die jetzt mit den roten Haaren? Die hier, ja. Emma wirkt mehr so... Ich bin die Tussi. Draufgängerisch. Ja, draufgängerisch. Bisschen Tussi, bisschen schlampig. Also nicht schlampe im Sinne von Schlampe, sondern einfach so... Oh, 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 oh. Irgendwie so. Weiß nicht. Ja, aber warte mal. Müssen wir... Sollen wir mit ihr uns treffen eigentlich? Ich würde... Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, ja, ich würde hier nochmal kurz gucken, weil ich weiß, hier irgendwo... Oh, guck mal hier. Ich glaube, niemand hat Caitlin in den ersten Platz all den Sommer. Und von den Kerlen... Kannst du von diesem Haus hier noch, äh... Um den Eingang gehen? Und von den Kerlen wirkt da eine, mit dem wir eben, äh, am Auto da die ganze Zeit zu tun hatten. Auch halt so ein bisschen... So, der... Frauenschwarm. Typische. Ja, dieser leichte Idiot, der aber gut bei Frauen ankommt oder was weiß ich. Boah, guck mal, geile Pool hier. Nice. Mal hier nochmal gucken. Gibt es die links rein? Links? Ja, ne. Gibt es dazwischen? Ne. Ich glaube, dass da irgendwelche Karten versteckt sind dazwischen in den Häusern oder so. Die Hütten sind da alle zu, ne? Ne, ne, ist nix. Frag mich bloß, ob man noch in eine Hütte rein kann. Ne, in die Hütte glaube ich nicht. Die sind ja alle verschlossen und ja gesagt. Mh. Deswegen haben wir unsere ja aufgebrochen. Mich interessiert nur, ob was zwischen den Hütten, äh, liegt eventuell. Weil du ja meintest, von wegen Karten. Ah, Schaukel. Können wir schaukeln? Ne. Ah, hier. Ne. Ne, weiß ich nicht. Kann sein, dass hier irgendwo was lag. Weiß ich mehr. Wahrscheinlich auch nicht. Haben wir jetzt alles gesehen. Ja, zwischen den Häusern halt immer noch ein Team. Ah, hier guck. Piece of Evidence. Irgendein Beweis gefunden. Für irgendwas. Ah. Na gut. Ah, hier ist noch ein Schild. Hm. Ja gut, dann gehen wir hin, wa? Ja. Ja. So. So. Let's do it. Finally. Oh, der Lila. Nicht pink. Hm. Oh, der Lila. Der Lila. Der Lila. Oh, der Lila. Ja. Ja. Ich hab's geschafft. Oh, ich habe das e-mail. Es war in der packet they gave to us on the first day. Oh. Ja, oder ne? Ja. Ja. Bisschen mutig sein. Sarkastisch? Unterstützer? Weiß ich nicht. Ja. Das ist... Oh, der spielt das vorher? Nee. Weil er ja das Auto steht noch. Weißt du, wo er meinte, hier steht einfach so ein Auto? Mhm. Aber ich denke mal, das spielt danach. Ich glaube auch danach. Ja, ein Tag später, wo die ankommen, glaube ich. Ja. Mensch, ich weiß das auch alles nicht mehr, ey. Ich hätte nur aufs Datum achten müssen. Ich habe einen vollen Tank von Gas, also... Oh, f*** ich. Oh, Idiot. Hat niemand mehr auf Telefonklargern? Es gibt kein Signal hier übrigens, okay? Dieses Ort ist wie Patchy's Balls. Deine Balls sind Patchy? Okay. Was? Nein! Es ist okay, ich werde nur ein bisschen Juice von Mr. H, bevor wir gehen. Äh, eww. Bibi findet das gar nicht so witzig, wa? Wie ich? Ich bin am Trinken. Du hast Löcher am Sack? Du hast welche? Hey. Jetzt musst du loslegen. Ich kann mich um... Ich kann mich um meine eigene Beine, danke dir. Was? Bist du sicher? Ich meine, es ist wirklich nicht so großartig. Sie kann mich um seine eigene Beine, danke dir. Wir können beide um unsere eigene Beine, danke dir. Wow. Cool. Anstupsen? Ja. Ja? Vor allem? Okay. Okay. Äh, Abby. Du willst... Ja. Kann ich... Achso, er stupst. Ich hoffe, er wird. Ja. Naaah. Haha. Hey, has anyone seen Ryan? Oh, yeah. He's probably off, being all brooding and mysterious and alluring somewhere. I'm here. What were you doing under there? Having a little me party? Uh, I was listening to a podcast, actually. Oh. Oh. Podcast, nice, that's cool. What's it about? Äh... Freundlich, wa? Yeah. Yeah, what's it about? Is it about me? You think I was listening to a podcast about you? Okay, if anyone here had a podcast about them, it'd be me. Yeah, if there was a podcast called How to Look and Smell Like a Butt. Oh my god, you are so childish. At least I don't look and smell like a butt. No, it's a paranormal podcast. This episode was actually about this place, weirdly enough. The Hag of Hackett's Quarry. The who of the what's it where now? Huh. What's the Hag of Hackett's Quarry? You don't know about the Hag of Hackett's Quarry? Uh, if I did, would I be asking dumbass? Tell her about the Hag of Hackett's Quarry. Uh, I don't think she wants to know about the Hag of Hackett's Quarry. Uh, can we just please stop saying the Hag of Hackett's Quarry? It's just this campfire story for the kids. It's, um, there's supposedly an old woman who died in a fire a few years back. She haunts the woods looking for her lost baby boy. There are, like, reports of whispers or whatever, and then this figure that floats around, you know, textbook ghost stuff. Some people say that if she catches you alone, she'll try to turn you into her son. Or kill you. Or something. I don't know. It's never really been clear. Anyways, Hag of Hackett's Quarry. Give me that up. Right here in the podcast, man. Cool story, bro. Uh... Defensive? Or... Or... Okay. I don't know. Seriously, though, you should have seen the first time you told the story to the kids of the campfire. They were scarred for life. I mean, not for life. You gotta be careful with this stuff, man. This shit's true. Come on, dude. Bullshit. What's the holdup, Hackettiers? Yeah, nearly done, Mr. H. We're up to it. Get those butts in gear. Sorry, Mr. H. Yeah, deliberate some luggage. Shut up. Maybe if somebody didn't spend so much time trying to impress the ladies with all his ghost stories. You asked? Ghost stories? The Hag of Hackett's Quarry. Ugh! Hey, you still have the van key, Mr. H? Why, yes I do. You know... I'd lose my head if it wasn't stuck on. Back to the office I go. Give me a hand, would you, Ryan? Oh, okay. Yo, Mr. H. What's up, DJ Dillon? Any chance I could get a little charge? I wanna have some tunes for the road. No can do. Is it understandable? No. Cool, cool, yeah. No worries. Good man. No big deal, you can share my earbuds. So, uh, Chris, I'm actually glad we got a moment to talk. Uh, uh-oh. I'm not fired, am I? No, 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 it's, um, it's just, you know, about the whole thing with the... Hold that thought, partner, I'm gonna have to take this. Oh, yeah, okay. Oh, sorry. Hello. Yeah. Wollen wir lauschen? Weiß nicht, ob wir lauschen. Wenn wir dabei entdecken, dann ist schon cool, ne? Ja. Aber könnte interessant sein. Was? Ja. Wird uns schon nicht in den Kopf abreißen. Was? 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 Ich hab' nicht gehört. Ich hab' nur... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...hier... Ich hab' nicht gehört, was du... Wir sind cool, Champ. Komm' rein, ich hab' dich rausgebracht. Hab' ich doch gekoilt. Haha. Hey, aber dafür wissen wir jetzt, dass hier was faul ist. Mit ihm. Anyway... ...you were asking me. Oh, uh, yeah, yeah. It was just the whole animation school thing, what you thought I should do. War schon ein seltsames Gespräch. ...you know... ...wether or not I should, like, leave my sister with my grandparents, since I'd have to live on campus. You know, my mom's not exactly around so... ...I wouldn't wanna leave Sarah on her own. You know, fam-our family's... ...small enough as it is. Oh, family... ...is important, Ryan. Dangit. Er sagt? Is everything okay? You got a hot day tonight? Oh boy. If you only knew. So, uh, what did you need me for? You're one of my favorite counselors, Ryan. You know that. One of the good ones. But, do you know how many calls I get from parents, letter after letter, with these terrified kids that they send home? Huh. I didn't realize that. Believe it or not, scaring kids away from sleepaway camp is kind of bad for business. So, maybe just ease up on the ghost stories. I'm sorry. Hmm? Sorry, I didn't realize it was such a big deal. Gotta understand the repercussions of your actions, Buster. It's a big part of being a counselor, a leader. Yeah. Just stick to kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do kumbaya anymore? Good grief. I'm outgrowing my own clichés. Seriously Chris, what's going on? I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. Uh, I don't know. Why? It's getting dark, Ryan, and it's not safe to drive in the dark. And safety is the first step towards fun. Just give me a minute. Where in the good goddamn are they? Will you say goodbye to Caleb and Kaylee for me? They sort of just snuck off. Well, you'll see them again next year. Caleb works at the scrapyard during the off-season, and Kaylee, well, she's still figuring out what she wants to do. She's got her whole life ahead of her. They both just come and go as they please, really? Teenagers, am I right? Actually, could have used the help packing up since we were short-staffed. Hey, you guys seem to manage all right. But I'll tell them both you were sad you missed them. Unlocked at the van, put the keys in my pocket, came in the office. Right where I left them. Uh-huh. Let's skedaddle. Make sure they're all ready to go. For real this time. Wait, how did you get your phone back before the rest of us? I never turned it in. You sure did turn it off before you handed it in, Dylan. Them's the rules, you noob. Huh. I try not to dwell on the past, man. Good. Because it's time to dwell on the minivan, get on with our respective lives. Move it, let's go. What's the problem? Oh, dude, I don't know. I think there's something wrong with the engine, Mr. H. Yeah, I can see that. Yeah, dude, it's just like kaputt. All right, let me try. I got kaputt, cuz I... Dude, I'm telling you. All right, it's busted. Well, maybe you're doing it wrong. Well, maybe you're doing it wrong. What the fuck, dude? Enough. Enough, both of you. Shit. Come on, come on. Chill. Chill, dude. Let's go. Come on. Damn it. I thought I told you kids to check everything. No, we did. It should be working. Yeah, well, coulda and shoulda doesn't mean it is, does it? Huh, but I'm going to be a problem, right? Hmm. Hmm. Irgendwie? Sehr frustriert. Voll nett, wenn alles noch plan läuft, aber... Ja. Okay, well, just spend one more night here. No, no, just stop. Let me think. Er will irgendwie nicht, dass wir unbedingt hier in der Nacht bleiben oder übernachten. Hmm. Okay. Damn it. You're right, you're right, yeah. What? Yeah, you're right. Oh. Hey, Brian. Come here for a sec. Make sure that everybody is inside the lodge for tonight. Lock the doors. No one in, no one out. No one. Got it? Okay. What the f... I'll be back first thing in the morning and we'll get you all on the road. You just have to keep everyone inside. Can you promise me you'll do that? Wait, we have to stay inside until tomorrow? Why? Where are you going? Ryan, I need you to trust me. Like I'm trusting you. Can you do that? Lock the doors. And for God's sake, keep the noise down. So, what was that about? He, uh, said to stay inside. That we're not leaving until the morning. Are you kidding me? Pam. Are you kidding me? What are we supposed to do? Well, we should go inside, like he said. We could go inside until morning. Or... Or we could do something else. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? No, Mr. Hackett, no screaming kids. Just a bunch of grown-ass adults, ready to cut loose and get down with their animal side. Oh, hell yeah! P. A. R. T. Why the fuck not? All right, it seems like the stars have aligned for us, no? Okay, okay, okay. One last epic bonfire blow-out for all time. Can I just say no again? Nope. Fuck yes, I'm in, Nick. You're right. Yeah, I'm in. Dylan's in, obviously. My man. Caitlin? I go where my people need me. Yeah, okay. Em. What do you say? Yeah, I'm in. Mr. Hackett seemed pretty insistent, we stayed in the lodge. He just was trying to freak us out. Oh my god. Oh my god. But then, Ryan's stupid ghost story. Why would he want to scare us? But then we should try to scare us. Because we would like to know, if we don't know if we're later... Yeah. Well, we're just trying to freak us out. Well, we're just trying to freak us out. Oh my god. I'm worried. Yeah, I'm worried, I'm worried, maybe I'm worried, maybe I'm worried. I'm worried. Yeah. Let's do it. Ja, ich denke, ne? Würde ich jetzt schätzen? Ich glaube nicht, dass er uns ausfragen wollte, Jacob. Ich glaube, dass er wirklich ausfragen wurde, ich glaube, dass er wirklich ausfragen wurde. Jesus Christ. Chris war wirklich ernsthaft über das, Leute. Sag einfach, du bist in, Mann. Komm schon, eine letzte Nacht. Ja, aber... Ich habe es gegründet, ich... Nein, 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 Mann, Mann, Mann. Es ist alles gut, okay? Wir verstehen es. Du weißt, du willst nicht, äh, du willst nicht zufrieden, Vater zufrieden. Wie, nicht jeder ist so scheiße wie er? Weiß ich nicht, vielleicht. Abweisen? Abweisen bringt ja auch nichts. Besser, Mann, bringt ja nichts. Ja, naja, jemand muss einen Scheiße machen. Oh. You know what? Ich weiß nicht, was ihr machen. Oh. Ich mache mit Chris Toyn. Boo! Ryan, komm mal, Mann. Wait. Ich mache mit. All right. All right, all right, all right. Hacketeers. Party planning committee. Let's do this. Um, okay. First things first. Nick and Abby, you will get some firewood. Uh, Mni will go to stores for some supplies. And, uh, Dylan, you just, I don't know, figure out how to charge the phone through something. All right. Let's do this. Oh, Mann, du. Das mal so eine gute Idee war. Das muss spannender. Das stimmt. Oh. Hunting Season. Jakt Saison. Oh shit. Oh shit. Können wir das pausieren einmal? Ja, sehr schön. Wir müssen hier nämlich Schluss machen. Wir haben 96 Minuten schon auf dem Tacho, Leute. Wir hören und sehen uns aber gerne im nächsten Part wieder zu The Quarry. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.